Liebe Kameraden, liebe Freunde und Förderer der Cappella Carolina und der Kamerata Carolina, am Sonntag, dem 29. März, hätten wir jetzt unser Konzert mit Bachs Johannes Passion gegeben. Der Kammerchor Kamerata Carolina des Internationalen Studienzentrums der Universität Heidelberg und die Solisten und das Orchester haben sich sehr gefreut auf die Konzerte aus diesem Projekt. Nun ist es leider nicht möglich, aber wir wollen Sie, liebe Freunde und Förderer, teilhaben lassen und uns natürlich eine Freude machen, indem wir einen Teil aus der Johannes Passion, nämlich den Schlusschor, gut wohl ihr heiligen Gebeine, musizieren, mithilfe der technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir haben diese technischen Möglichkeiten genutzt. Wir haben durch unseren Pianisten Raphael Zins den Klavierpart aus dem Klavierauszug einspielen lassen. Ich habe das Dirigat vorgegeben und jede und jeder aus dem Chor hat dann seine Stimme eingesungen und zusammengesetzt hat es Hendrik Lörngren, der auch in unserem Chor singt. So haben wir uns füreinander eine Freude gemacht und wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Freunde und Förderer, damit auch eine Freude machen. Wir hoffen auch, dass wir die Konzerte mit der Johannes Passion dann bei der Verlegung ins nächste Jahr, in die vorösterliche Zeit 2021, werden realisieren können. Sogar die Fachleute sagen, dass bis dahin die Pandemie vorbei sein wird. Wir gehen getrost und hoffnungsfroh in die Zukunft. Wir werden alle technischen Mittel nutzen, um miteinander zu arbeiten und für Sie schöne Musik vorzubereiten. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen gesund. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen 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 gesund.